Wir sind bei Fotogressung, hier ist Patrick Bergem, unübersehbar, wie er lebt und lebt. Und wir haben heute ein besonderes Angebot, was es so in der Form normalerweise nicht geht. Ich halte mal kurz drauf, es ist eine Lumix. Genau, das ist die Panasonic G70. Wir haben die hier im Sorglos-Paket. Da ist alles dabei, was man für den Anfang braucht. Das heißt Kamera, Filter, Tasche, Speicherkarte, Ersatzakku. Also alles, was man noch benötigt, um wirklich richtig loszulegen, haben wir da schon mit reingepackt. Ja, dann schieß mal los. Ja, also hier haben wir die Kamera, schön klein, Systemkamera. Was bei der jetzt besonders ist, das heißt im Prinzip Spiegelreflex ohne Spiegel. Das heißt, sie ist kleiner, leichter, ein bisschen schneller dadurch. Objektive kann ich wechseln. Kann ich wechseln, ich kann Panasonic und Olympus Objektive drauf machen direkt. Was bei Panasonic eine Besonderheit ist, die haben 4K-Foto und Video. Im Fotomodus ist halt das Besondere, man hat eine hohe Auflösung durch das 4K. Kann dann damit Einzelbilder aus dem Video nachträglich rausnehmen. Das heißt, ich nehme mein Video auf, kann nachträglich sagen, genau die Sequenz will ich als Foto haben. Das heißt, ich habe ein 8 Megapixel-Bild mit 30 Bildern in der Sekunde. Man sieht ja diese Kameras auch bei YouTubern, sind die sehr beliebt, glaube ich, diese Lumix, weil die sehr unauffällig sind. Genau, vor allem sie haben den Selfie-Modus. Man sieht, wenn man sich selber filmt, direkt was los ist. Ja, ist ja gemein, man sieht mich jetzt. Ja. Das ist ja cool. Und was hier auch mal was Besonderes ist, gerade zum Beispiel für Makrofotografie, durch diesen 4K-Postfokus, den sie hat, macht sie quasi eine Sekunde lang in unterschiedlichen Schärfebereichen die Bilder. Und ich kann nachträglich durch Tippen auf dem Display auswählen, wo die Schärfe sein soll oder am Computer im Programm auswählen, das will ich jetzt scharf haben. Ich kann nachträglich die Schärfe geben. Genau, ich mache ein Bild und kann später sagen, ich will nur den Bereich scharf haben oder das ganze Bild oder den Bereich. Ich kann das Ganze nachträglich machen. Also wenn man jetzt, man kennt es ja, man macht eine Aufnahme, guckt die sich in groß an und sagt, verdammt, das wollte ich ja gar nicht scharf haben und ist jetzt kein Problem mehr. Also die kann 4K-Video und Foto, die kann diesen Postfokus. Genau. Und das Ganze gibt es jetzt im Komplettset. Sorglos-Paket. Genau, das Rundum-Sorglos-Paket. Pack mal aus, ich will das mal sehen. Das heißt, die Kamera selber, die da verpackt natürlich, wie ich das gehört habe. Genau, mit dem 14-42mm dazu einen Ersatzakku, einen Schutzfilter. Ersatzakku macht ja auch Sinn, ja. Das heißt, ich habe mir meinen zweiten Akku dabei, ist der leer. Genau, der ist immer leer, wenn man den braucht normal. Dann eine Tasche dazu und noch eine 16 GB Speicherkarte direkt mit dabei. Kostet? Kostet 699, so wie es hier steht. Okay, nochmal. 699. Das ganze Set? Das Ganze. Bestehen aus allem? Mit allem, genau. Keine zusätzlichen Kosten mehr. Man hat alles, was man braucht. Garantie? Garantie, zwei Jahre. Okay, und natürlich die nette Beratung von unter anderem Patrick Bergen und dem ganzen Team. Genau, außerdem bei uns immer zu jeder System- und Spiegelreflexkamera ein Servicepaket. Das heißt, noch ein Kameracheck, dass man vom Urlaub mal vorbeikommt, gucken wir, dass alles in Ordnung ist mit der Kamera. Ein Workshop-Gutschein im Wert von 20 Euro. Dann noch Hinweise, was es noch an Zubehör gibt, was sinnvoll ist. Die Übersicht von den Workshops. Also da gibt es noch einiges oben drauf. Genau, ihr habt aber nur noch drei Sets. Genau. Drei Sets insgesamt sind da. Das heißt, es muss schnell sein, die ganze Geschichte. Und dann könnt ihr hier vorbeikommen. Wo findet man euch? Genau, uns findet man beim Karstand in der Diskontopassage einfach Saarbrücken, die Rolltreppe runter und dann sind wir da. Da ist es. Also Panasonic DMC G70 plus das 1442er Objektiv, Basiskit. Ein Filter ist dabei. Was für ein Filter ist das? Genau, Filter. Das ist ein UV-Schutzfilter. Das heißt, man muss das Objektiv nicht neu kaufen, wenn man irgendwo dagegen stößt. Ja, so. Das heißt, es ist hauptsächlich auch zum Schutz. Genau. Dass es nicht verkratzt wird. Und dann ist die Speicherkarte dabei, eine ordentliche und ein toller Akku. Vielen Dank für das nette Interview. Preis nochmal. Gerne. 699 Euro. 699 Euro. Und schnell sein. Genau. Da sind nicht mehr viele da. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Vielen Dank, Patrikberg. Gerne.